Haaaaaaa... Karl Heinz ist gerade frisch von der Schule. Ja, Karl Heinz muss auch irgendwann mal zur Schule. Gerade aus dem Chemie-Raum gekommen. Perfekt, so muss das. Auf jeden Fall, Leute, wir werden heute Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt heute auch Spaß. Seid wieder mit dabei. Lasst schon mal gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein komplett kostenlosen Abo da. Ihr wisst, Roll to One Million irgendwann. Bald ist es soweit. Also, es fehlt ihm ja viel. Da ist ein Hundi. Ich will zum Hundi. Ist das ein Schieber? Also, nee, nicht ganz. Sieht aus wie eine Mischung zwischen Husky und Shiba Inu, ne? Tollen Hund haben sie. Ich hab gesagt, Tollen Hund haben sie. Hallo? 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 Sie da? Hallo? Hallo? Boah, ist voll blöd. Hallo? Entschuldigung. Ja. Ich hab ne Frage. Ich mag mein, mein, ähm, äh, Dingsbums. Mein Bumsdings. Meine, äh, Rasen, mein Rasenmäher. Mag ich schneller machen. Du willst Nito. Kann man das einbauen? Ja. Okay, weil ich muss heute, ich muss heute überstelle hin und dann würde ich das, würde ich das zum Rasenmäher brauchen. Darf ich dich nur ganz kurz was fragen, Karl-Hearns? Mhm. Haben die deine, deine Form und, äh, Personen erlaubt mit Nito zu fahren? Ich hab jetzt ne große Schwester und die erlaubten alles. Äh, warte ganz kurz, dann hol ich die gleiche und geht wieder. So, ich, ich, baue mal ein, Leute. Ich baue einmal auf der Straße. Wir gucken, wie schnell das fällt, wenn ich geradeaus damit fahre. Mal abchecken. So, ich fahre mal wieder mit 23, 25. Ja, für 25 kmh. So, pass auf. Und jetzt? Der Rasenmäher geht nicht schneller. Egal, wie viel Nitro ich da rein scharren. Er geht nicht schneller, der bleibt bei 25 stecken. Wobei, ich hole mein M3 ab, glaube ich. Ich hole den M3, ja. Aber dazu müsste ich das Ding erstmal einparken. Weil mit dem kommen wir nicht so schnell. Aber M3 mit Noss am Ende. Äh, nein. Ich kann mich schnell umsetzen, geht das? Erst, Dusche. Du darfst auch noch nicht Auto fahren. Linken Forti, ähm, folgendes. Ich habe hier einen Minderjährigen in einem Fahrzeug. Vielleicht könnte ich mal da Unterstützung gebrauchen. Erst, bleib steh da. Hey, Kleiner, geh aus dem Auto. Geh aus, geh da. Bist du ein bisschen deppert? Hallo? Wer bist denn du? Der Auto ist von selbst gefahren. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Der war schon so. Steig bitte aus dem Fahrzeug. Aber der war, ich schwöre, der war so. Ich habe nur, meine Mama hat den stehen. Und ich bin rein und habe, ich bin drüben gesetzt. Ich habe mich da hingesetzt. Da. Und auf einmal. Ja, ich bin noch da. Und auf einmal fährt er los. Aui. Aui. Au, au. Junge Digger. Hä? Da ist es mit dem Taxifahrrad. Was? Ah, hallo. Warte. Au, au. Ah, hallo, Idiota, ey. Ey, Mann, Alter. Wieso lacht der Junge? Ich will nicht mehr. Ja, gut, Zeit von der Straußen, bitte. Das ist eine Bohrmaschine. Boah, das ist auch eine Bohrmaschine. Ja, nur nicht anfangen. Ich greife gerne so Bohrmaschinen an. Ich habe gerade ein Problem. Ich drücke mal kurz auf den Not aus, ey. Und ich jetzt gehen. Ja, okay. Äh, aus. Hat mir nicht funktioniert das Ding noch? Ich drücke da schon auf den roten Notstrunk. Noch Pause. Ich bohre da jetzt was. Na, bitte nicht. Gibt's auch einen Tonus. Ich bin schon fertig. Würdest du bitte... Nee, ich habe jetzt nochmal schnell... Ich habe da jetzt so schönes gebohrt. Warte, bis... Riesst du dir in die Finger bohrst? Nee, ich... Ja, und dann haben wir die... Ich habe mir jetzt auf meinem Skateboard... Habe ich mir jetzt unten meine Räder neu angebohrt. Voll cool. Oh, guck mal. Ui. Hallo. Guten Tag. Sie brauchen ein Taxi? Korrekt. Ich kann Sie holen. Wo geht's? Wo sollen? Wo wollen Sie denn hinfahren? Bei einem Zufriedi. Okay. Bin gleich da. Dann werde ich jetzt eine Fahrt machen mit dem. Das kannst du dir vorstellen, Bruder. Das kannst du dir nicht vorstellen, was ich da alles mache. Hallo. Bitte, wo kann ich Sie hinbringen? Komm. Das war ein komisches Taxi-Auto. Nö. Bitte, wo kann ich Sie hinbringen? Wann sie mal. Hallo? Ja, wo kann ich Sie hinbringen? Ähm, wieso fahren Sie Auto? Warum haben Sie eine Weste an? Weil ich vom PD bin. Ach so. So, wo kann ich Sie jetzt hinbringen? Ich mache das sicher nicht umsonst. Äh... Ja, dann steigen Sie halt aus. Komm, gehen Sie raus. Ja. Gut. Bitte? Nee, nee, Sie steigen jetzt mal aus. Nee, Sie steigen aus. Das ist mein Auto. Wenn Sie nicht aussteigen, fahre ich hin, wo ich will. Sie steigen jetzt aus. Ich fahre sonst hin, wo ich will. Nee. Dann machen Sie das. Ich werde meine Kollegen dazu rufen. Ja, dann machen Sie das. Aber Sie steigen jetzt aus meinem Hab und Gut aus. Und was ist das? Aber dein Papa wartet bei uns. Nee, scheiß drauf. Kein Bock drauf. Steig mal aus, bitte, Karl-Heinz. Nee, du steigst aus. Nein, nein, steig mal bitte aus. Nee, dann fahren wir jetzt wohin. Ja. Dann musst du dort aussteigen, blöder du. Ähm, weil ich gerade ein 1050 hatte, wollte ich ein Taxi rufen. Jetzt habe ich Karl-Heinz. Das stimmt nicht, der lügt. Der lügt am Telefon. Der fährt nur einen Führerschein. Der, nein, ich habe in Disneyland einen Führerschein gemacht. Wir alle anderen auch. Wir fahren jetzt wohin. Ja, die Kollegen sind unterwegs. Nö, sind die nicht, du lügst. Ach, Karl-Heinz. Nee, wir gehen jetzt Gokert fahren. Komm. Bitte? Gokert fahren jetzt. Gokert fahren. Herzlichen Gokert fahren. Oh ja, ist ja lustig. Hallo Karl-Heinz. Nee, ist doch nicht doof hier. Ist voll blöd. Sagt mir falsch vorhin, wo ich Spaß haben werde. Geh zu, geh zu, geh zu. Ich habe nicht gesehen, was ich glaube. Du bist Spielverderber. Komm, wir fahren jetzt. Wir fahren. Nee. Mach nicht. Bleib mal stehen. Nee, wir fahren jetzt. Komm, wir fahren jetzt Go-Kart. Komm. Nee, Mario Kart. Ja. Wir fahren Mario Kart. Ich habe die Banane. Ihr nicht. Wir haben jetzt Bananen. Soll ich mal rein schalten? Komm, ich schalten rein. Boah. Boah. Alter. Kennst du diese eine Frau da, die mit diesem komischen, die mit dem Ding runterspringt vom Haus und dann fliegen kann? Und dann guck. Aua. 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 Nein, was ist denn das? Im Film hat es funktioniert. Alter, wir müssen tanken. Ich habe mich verknüpft. Wir haben uns vertankt, das hätte ich noch vorbei, aber ich weiß nicht, ob ihr noch wolltet. Ja, dann müssen wir alle aussteigen. Nein. 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 Soll ich da runterspringen? Nee. Eee. Aua. Au. Oh, ey, da. Ah, kleines Kind vom Riesenrad gestützt. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ich wollte jetzt nicht runterspringen. Das war nicht mit Absicht. Ich will mir umschauen, was es da gibt. Da gibt es so coole Sachen. Lass mich runter. Ciao. Ja, Heinz. Da gibt es coole Sachen. Heinz, ich nehme dich face, Alter. Na, ich schaue durch. Ich bin gleich nochmal da. Ja, ich schaue mir die Sachen da an. Heinz, Alter, bleibt doch. Hm, da gibt es coole Sachen da oben. Oh, nee. Hm. 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 Alles Gott. Hm. Hm.